Na, ich warte jetzt. Heyo, wie geht's denn meinen Lieblingsproduzenten? Hi Kevin! Und Hallöchen Fräulein Gelmaus! Deadpool! Äh, hey, ähm, was warst du denn hier? Äh, äh, ich dachte, äh, du wärst beschäftigt. Hab gehört, es gibt eine große Ankündigung. Oh, ja, die, die Ankündigung von, äh, äh, Dr. Doom. Ich liebe diesen Kerl! Komm, sag, der wird ihn verkörpern! Also... Wisst ihr? Ich meine mich zu erinnern, ich hatte es schon mal erwähnt. Mit dem ganzen Multiversum, Schwachsinn. Wie viel? Ähm, die Hälfte. Hälfte, Hälfte, klar, das klingt doch. Klingt doch ziemlich angemessen, natürlich. Hälfte, Hälfte. What the fuck? Ich kann diese ganze Roste nicht mehr! Wir können einfach nicht bedeuten, wir können es haben! Ich mein, wie wollte ich denn die 4MX die Tod bezahlen? Was ist das für ein Schein? Was ist das für das für beide Wänden? Boah! 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 Untertitelung des ZDF, 2020